Energie. Mehr denn je zuvor braucht die Welt mehr davon, um ans Ziel zu gelangen. Fluidtechnik. Die Technik, Fluide und Gase zu transportieren und zu lagern, legt lange Wege zurück, um diesen Bedarf zu erfüllen. Parker Fluidtechnik geht 3000 Meter unter den Meeresspiegel, um Öl aus dem Meeresgrund zu pumpen. Die Schläuche und Komponenten halten einem Druck von über 1360 Bar stand. Bemerkenswerterweise erfolgt dies ohne jegliche Leckagen. Parker Fluidtechnik bietet auch Präzisionskühlungs-, Hydraulik- und Pneumatiktechnologien für Bagger, pneumatische Technologien für Geräte und entscheidende Lösungen für die Medizintechnik sowie für die Luft- und Raumfahrt. Heute decken Öl und Gas 55 Prozent des weltweiten Gesamtenergiebedarfs. Wie man sieht, setzt sich Parker 110 Prozent dafür ein, diesen Bedarf zu decken. Parker. Engineering your success.